So wie auf jede Nacht ein neuer Tag folgt, folgt eine Jahreszeit der anderen, die Zeit vergeht und schwupp, schon ist wieder ein Jahr vorbei. Tja und was gibt es Neues bei mir? Nicht nur dieses tolle Outfit mit dem passenden Make-up als Tag und Nacht, sondern lang erwartet und jetzt ist er da, der neue aktuelle Gina-Kalender 2013. Zunächst möchte ich euch dieses tolle im wahrsten Sinn des Wortes Glanzstück erst einmal genauer vorstellen. So wie auf jeden Fall ist das Wort. Wie ihr gesehen habt, ist der Kalender kein reiner Fotokalender, sondern eine Mischung aus Foto und gezeichneten Elementen. Für die gezeichneten Elemente war der Künstler Dänjen Dx zuständig. Der hat übrigens auch diesen wunderschönen Rahmen hier um mich herum gestaltet. Tja, und was haben wir beide ausgeklügelt? Nicht nur den Kalender als solches, sondern wir beide zusammen haben auch noch ein tolles Gewinnspiel in den Kalender eingebaut. Und zwar folgendermaßen. Auf den einzelnen Kalenderblättern befinden sich gezeichnete Stöckelschuhe. Also SIST mit Absatz. Diese gezeichneten Stöckelschuhe zählt ihr. Dann schickt ihr die Anzahl der Schuhe zusammen mit dem Kalendercode, der sich im Kalender auf der letzten Seite befindet, an eine E-Mail-Adresse, die ihr auch im Kalender findet und mit etwas Glück könnt ihr gewinnen. Und zwar meine CD Gina übers Jahr. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich Tag und Nacht, Frühlings, Sommer, Herbst und Winter und schließt ab mit Silvester. Diese CD ist ein kleines Dankeschön für alle Fans von mir. Und wie gesagt, fünf solcher CDs könnt ihr gewinnen, vorausgesetzt die Anzahl der gezählten Stöckelschuhe stimmt. Aber jetzt möchte ich euch erstmal den Zeichner, den Illustrator, Illustrator, den Künstler Damien Dx vorstellen. Moin Moin Leute und Fans von Gina Travesty. Ich bin Damien Dx, das Gesicht hinter den Illustrationen. Ich habe mit Gina zusammen diesen Kalender für 2013 erstellt. Die Zusammenarbeit war sehr intensiv und hat viel Freude gemacht. Weitere Projekte stehen schon in den Startlöchern, also seid gespannt und nun fleißig Schuhe suchen. Genug von mir, zurück zu Gina. Und schwupp ist er schon wieder weg. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal Damien Dx für die tolle Zusammenarbeit und für alles das, was noch in Zukunft mit uns beiden zusammen folgen wird. Ihr dürft gespannt sein darauf. Tja ihr Lieben, nun bleibt nur noch die Frage, wo bekommt man den Kalender? Ganz einfach, schaut auf meine Homepage unter Gina-Travesty.com Dort findet ihr einen Verweis zum Kalender und dann kann ich nur noch sagen, viel Spaß damit und wir sehen uns demnächst hier wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, eure Gina. Ciao. 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 Ciao.